Guten Abend miteinander. Um diese Jahreszeit, wenn es draussen meistens grau und kalt ist, sehnt man sich nach Sonne und Werbe. Ein bisschen etwas von der Kraft der Sonne vermitteln uns die prickelnden und saftigen Citrusfrüchte, die jetzt bei Coop als reichhaltiges Angebot erhältlich sind. Die Citrusfrüchte wachsen rund ums Mittelmeer. Bekannt sind die blutroten Moro und die feinen aromatischen Tarocco-Orangen aus Italien. Aus Spanien kommen unter anderem die kernlosen Clementinen mit ihrem süssen, erfrischenden Aroma und die saftigen Navelinas. Ein wichtiges Anbauland für die Citrusfrüchte oder Agrume, wie man auch noch sagt, ist Israel. Neben der Chamuti Blondorangen und der Mignolas offriert ihnen Coop jetzt spritzige Weisse und die süsseren, roten Jaffa-Greppfrühe. Aussen zwar grün, aber innen sagenhaft süss und saftig ist das Weite von Jaffa. Zum Auslöffeln als herrlichen Saft oder zum Schnitzweiss geniessen. Sogar Kinder, wo es nie genug süss sein kann, haben sie gerne. Nicht nur die süssen Vitaminspender sind im Winter wichtig für Gesundheit, auch, und das ist vielleicht eine Überraschung für Sie, das Joghurt. Warum, Frau Baumgartner? Gerade im Winter isst man ja gerne ein bisschen mehr und ein bisschen schwerer als sonst. Darum sollte man auch besonders Sorge haben zur Verdauung. Im Joghurt hat es je nach Sorten, schweizerische, echte bulgarische oder Joghurtkulturen mit Bifidus- und Acidophilus-Bakterien. Die Joghurtbakterien haben einen günstigen Einfluss auf die Armflora und helfen ihnen so die Verdauung zu regulieren. Neben diesen Vorteilen für die Ernährung soll das Joghurtessen aber auch viel Genuss und Abwechslung bieten. Darum gibt es bei Coop eine riesige Auswahl an Joghurtsorten aus Vollmilch, Magermilch, Teilentramt, fruchtig-aromatisch und, und, und. Und zwar jeden 180g Becher jetzt zum Aktionspreis. Ebenfalls zum Aktionspreis können Sie bei Coop jetzt zum Morgen essen. Coop Restaurant machen Ihnen während der nächsten zwei Wochen ein Jubiläumsangebot. Coop ist ja dieses Jahr 100-Jährig und verwöhnt Sie mit einem ausgiebigen und einmalig günstigen Zmorgen. Nur im Bett bleiben ist noch günstiger. Die Neuheit, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, kommt nicht aus Russland, sondern aus der Coop-Tretör-Abteilung, obwohl sie Boyarski heisst. Das Rezept des Fertiggerichts ist allerdings russisch, es wird aus Troutenfleisch zubereitet, man kann es kalt oder warm essen und es riecht so oder so vorzüglich. Gerade weil immer mehr von diesen Fertiggerichten, wie die Boyarski-Steaks, angeboten werden, empfiehlt sich jetzt auch die Anschaffung eines Mikrowellenherds, die das schnelle Auftauen und das Wärme, aber auch das Kochen und sogar das Bachen ermöglichen. Bei Coop haben Sie die Wahl zwischen drei Mikrowellengeräten von Satrap. Die Ausstattung ist verschieden, Qualität und die Satrap-Garantie aber bei allen gleich. Mit oder ohne Mikrowellen, gekocht und gegessen wird immer. Danos Rezept aus der Studiokochi. Guten Abend, auch im neuen Jahr machen wir weiter mit ausgewogenen und kaloriekontrollierten Fitnessrezept. Hülsenfrüchte und Getreide gehören zu den besten Lieferanten von wichtigen Nahrungsfasern. Beides hat es genügend im heutigen Gericht. Als erstes wird Speck, den ich in dünne Plättchen geschnitten habe und eine gehackte Zwiebel in einen Esslöffel Öl gedämpft. Dann Gerst kurz mittämpfen und mit Bouillon ablöschen. Während 30 Minuten muss das jetzt kochen und Sie haben genug Zeit, das Gemüse zu rüsten. Rüebeli und Sellerie werden in Würfel geschnitten, den Lauch in Ringli. Auch das Gemüse muss jetzt noch eine halbe Stunde mitkochen. Jetzt kommen die Borlotti-Bohnen rein. Und ganz am Schluss kommt in die Suppe, die gut zur Jahreszeit passt, noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Und weil Rohkost eigentlich jeden Tag auf den Teller gehört, servieren wir dazu einen Zuckerhutsalat. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim gesünderen Essen. Und das ist das Coop-Jubiläumsangebot. 2 kg Moro-Orangen für nur 2 Franken. Da musst du zugreifen. Die Angebote, die es von morgen ab in Coop gibt, sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Einen schönen Abend miteinander. Einen schönen Abend.